Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich habe gedacht wir fangen mal wieder mit etwas Neuem an und diesmal dachte ich mir ja warum nicht Minecraft, ich habe zwar ein bisschen Lust auf Minecraft und ja Vanilla war mir zu langweilig also dachte ich mir starten wir doch mal mit einem Modpack und zwar hier haben wir jetzt heute Sky Factory 4 und ja da sind wir hier und ich würde sagen da legen wir auch gleich mal los. Wir haben Prestige enabled das heißt, geht das gleich mit dem P? Ja, jetzt müssen wir mal ganz kurz in die Controls, jetzt noch den Prestige Modus. Ob ein Prestige mit dem P? Warum will er das nicht? Prestige ist nämlich an. Kann man Dinge auf Blöcken platzieren? Ach die dann nach oben wagen? Okay. Das sollte so nicht sein. Okay, wir fangen einfach mal trotzdem an. Keine Ahnung warum das Ding jetzt hier ist. Falls die nicht wissen, Sky Mod Packs sind quasi Mod Packs, wo man ja im Himmel ist und hier gibt es nichts außer einen Baum meistens. Hier ein ganz spannender Baum und zwar ein Dirt Baum. Kann man auch oben sehen. Dirt Leaves sind das hier quasi und die müssen wir jetzt noch ein bisschen kleiner machen, aber wir werden gleich hier schon mal uns eine Crafting Table bauen und ein paar Sticks. Die brauchen wir jetzt nämlich. Ich werde mal den Crafting Table kurz hinsetzen, weil wir können hier uns einen Wunden Crook bauen und mit dem ist die Chance auf, ähm, auf Leaves und auf, ja ich glaube generell auf die Drops von, ähm, von den Blättern hier erhöht. Und deswegen machen wir das mit dem Crook. Weil da haben wir schon vier Saplings, das reicht eh super. Ja, das dann so machen, dann kriegt man hier definitiv noch Saplings raus, weil ich hatte auch schon mal das Problem, dass ich den Baum hier ja gefällt hatte und dann hatte ich nicht ein Sapling rausbekommen, das heißt danach bist du quasi aufgeschmissen, weil du konntest da nichts mehr machen. Nach ist quasi dann vorbei. So, nehmen wir uns wieder schnell. Zack, haben wir was bekommen. So und die anderen können jetzt despawnen. So. Unter dem Baum haben wir natürlich noch ein kleines bisschen Erde, damit wir nicht runterfallen. Aber das ist alles, was wir jetzt hier im Augenblick haben. Und deshalb würde ich sagen, nehmen wir jetzt nochmal unseren Crafting Table, die machen wir gleich mal zur Crafting Station von Tinker's Construct und setzen den hier neben dran. So, und dann machen wir die mal hier zu Slabs. Kriegen wir nicht am meisten raus. Und können hier jetzt mal anfangen, unsere kleine Plattform zu bauen. Hier würde ich sagen, machen wir auch noch ein Crafting Table hin, damit das dann schön gleich ausschaut. Können wir mal kurz die anuntersetzen. 1, 2, 3, 4. Und dann nochmal ein Crafting Table bauen. Und den zu einer Crafting Station. Und setzen wir jetzt hier hin. Jetzt bauen wir mal kurz die Plattform hier noch ein bisschen aus. So. Wie ihr schon gesehen habt, hier gibt es hier quasi einen Dirt Tree. Also einen, ja, Baum, der Dreck, Erde herstellen kann. Und genauso funktioniert das nämlich hier in dem Sky Mod Pack. Es gibt quasi für alle möglichen Objekte oder für Ressourcen, sag ich mal, gibt es einen Baum, der quasi diese Ressource herstellen kann. Und das ist sehr praktisch. Man kann sich dann quasi für alles einen Baum machen. Aber man muss diese Setzlinge halt auch erstmal bekommen. Ja, da müssen wir jetzt ein bisschen Zeit reinstecken. Und hier ist die Twerk Mod im Mod Pack mit drin. Man kann hier quasi sich hinstellen und den Baum antwerken. Dann kommen ja auch die Partikel, die auch kommen würden, wenn man, ja, Knochenmehl, Baummehl auf den Setzling machen würde. Und dadurch wächst er schneller. Deswegen muss ich mal ganz schnell twerken. Und hoffen wir mal, dass der Baum jetzt bald wächst. Und da ist er schon. Wunderbar. So, das können wir mal alles hier nach oben schmeißen. So. Machen wir die mal wieder weg. Und wir müssen jetzt mal schauen, dass wir uns so ein bisschen eine, ja, kleine Plattform aufbauen hier. Und dass wir nicht runterfallen. Ja, fallen immer wieder ein paar Sachen runter, solange unsere Plattform noch so klein ist. Aber das ist nicht ganz so schlimm. Lieber fallen die runter als ich. Obwohl hier wäre auch Forgiving Void drin. Das heißt, wenn man runterfällt, ist ja das Void, also das Nichts. Also man stirbt dann nicht im Void, wie es sonst der Fall wäre. Sondern man wird nach ganz oben teleportiert. Fällt dann runter. Dann kann er wieder auf der Plattform landen. Verliert dann aber, ich glaube, neuneinhalb Leben. Das heißt, wenn man wirklich nur maximales Leben hat, kann man es überleben. Sonst, ja, stirbt man leider. Ist halt so. So. Wir machen unserem besten gleich nochmal eine Axt, würde ich sagen. Ups, wir brauchen erstmal ein paar Sticks. Die machen wir uns so. Oh, ja, fast. So, und so machen wir uns die Axt. Gut. Jetzt können wir das ja noch weg machen. Genau, und dann kommen wir nämlich mal gleich zum nächsten Thema. Wir kriegen jetzt hier aus diesem Baum Dirt Resin und Dirt Acon raus. Und mit denen können wir, wenn wir diese so anordnen, ups, das machen wir wieder weg. Und die hier hin, dann können wir zum Beispiel Dirt rauskriegen. Ja, und so haben wir das Advancement Dirty Dancing gemacht. Weil das Modpack hier ist quasi, ja, auf die Advancements oder benutzt die Advancements, um quasi, dass man neue Sachen freischalten kann. Ja, wir sind ja im Prestige Modus. Das heißt, wir können immer, wenn wir von einer Seite alles, die ganzen Advancements abgeschlossen haben, dann kriegen wir quasi einen Punkt, ja, einen Prestige Point. Und mit dem können wir wieder neue Sachen freischalten. Warum auch das Prestige Manual sich nicht öffnet, weiß ich jetzt auch nicht. Das können wir später nochmal rausfinden. Das brauchen wir jetzt eh noch nicht, solange wir noch keine Prestige Points haben. Aber das wird dann sehr interessant, weil mit diesen Prestige Points können wir dann, den allerersten können wir in Hopping-Bonsai-Pots stecken. Das heißt, es gibt Bonsai-Pots, da kommen wir später auch noch drauf. Und mit den Prestige-Pots können wir dann, ja, die erweiterten Bonsai-Pots bauen, mit denen wir dann unsere Ressourcen wirklich automatisieren können. Das ist dann wirklich schön und macht dann auch wirklich Spaß. Eine Sache noch, ich spiele auf einem 4K-Monitor. Ich hoffe, dass das jetzt mal nicht zu klein ist, ja, alles für euch. Sonst, lasst mir bitte einen Kommentar da und schreibt, dass das zu klein ist dann. Dann können wir das Ganze ein bisschen größer machen noch, genau. Aber für mich auf einem 4K-Monitor ist das eben, ja, eine richtige Größe so. Aber sonst müssen wir das Ganze halt noch ein bisschen größer machen. So, jetzt packen wir es mich noch ein bisschen aus. Dann wollen wir mehr Platz haben. Das ist mal das Wichtigste. Eine große Plattform am Anfang ist definitiv nicht verkehrt. Das machen wir mal weg. Die hätte jetzt schon dafür, na scheiße, die hätte jetzt schon dafür sorgen können, dass wir runtergefallen wären. Weil mit Stufen funktioniert das ja nicht ganz so gut. Und wenn man mit Shift an die Kante läuft, dann kann es halt passieren, dass man dann doch runterfällt, obwohl man Shift gedrückt hält. So. Und da haben wir den Nixenbauen. So, ich würde sagen, den tun wir erstmal so abbauen. Da müssen wir erstmal genug Ressourcen rausbekommen. Noch haben wir leider keine Ohr-Excowation freigeschaltet. Das ist auch im Prestige, ja, vorbehalten. Das kostet vier Prestigepunkte. Das heißt, wir müssen erstmal um die fünf Fossil-Points kriegen, damit wir Excavation dann auch freischalten können. Ah. Das dauert auch ganz schön lange hier oben her. Machen wir das doch mal ein bisschen weg hier. So. Unser Crook ist jetzt broken. Aber das ist kein Problem. Wir können den ganz einfach hier mit Holz reparieren. Nur zusammen oben reinlegen. Und dann, habt ihr gesehen, das ist alles schon schön repariert. Da müssen wir sie nicht immer neuen bauen. Das ist ganz praktisch. So. Machen wir das nur weg hier. Zack. Liegt ein bisschen Zeug rum. Dann. Hopps. Natürlich geht das so nicht. Machen wir das wieder zu Slaps. Und bauen wir hier weiter aus. So. Wie viel haben wir jetzt hier? Hier brauchen wir definitiv noch eine Reihe an der Seite. Weil das Ganze auch ungefähr symmetrisch ausschaut. Jetzt haben wir hier 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay. So ist jetzt erstmal symmetrisch. Aber ich will definitiv noch ein bisschen weiter rausgehen. Ich würde fast sagen sogar 2 noch überall das mal rausgehen. Also machen wir es ungefähr so. Dann gehen wir hier wieder zu voraus. Und machen wir hier weiter. So. Dann gehen wir jetzt wieder das Holz aus. Und wir müssen wieder den Baum antwirken. So. Und das ist auch schon. Holz mal hier wieder ab. Und dann können wir weiter bauen, während oben die Leaves dann hoffentlich bald weggehen. Dass wir den nächsten Baum dann auch pflanzen können. Hier wieder 2 raus. Und das müsste dann glaube ich schon die letzte Seite sein. Wenn ich mich jetzt nicht vertan habe. So. Gebt doch mal weg hier. Ihr nervt. Aber ich glaube eigentlich sollte es ja ein Baum drunter nichts ausmachen, oder? Eigentlich sollte der auch so dann wachsen. Ja. Und da ist er schon. So. Jetzt haben wir dann eigentlich auch genug Holz für unsere Plattform. Und dann können wir mal schauen, dass wir ein bisschen weitermachen. So. Das ist so Holz. Und 36 Slabs. Das sollte reichen. So. Genau. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genau. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt sollte man mit der Plattform soweit erstmal fertig sein. Und die ist schön symmetrisch. Und jetzt könnten wir gucken, wo geht es denn hier weiter. Das ist ja nämlich so ein bisschen vorgeschrieben, der erste Pfad, die man quasi geht, wo man weitermachen muss. Wir haben schon Dirtbox gemacht und weitergehend wurde es jetzt hier mit dem Airfryer. Da gibt es von Dickes Concept, den Just Drying Rack. Das kann man da irgendwo hin tun. Und kann daran was trocknen. Das würde ich sagen, machen wir noch ganz schnell. Wir haben hier so viele Slabs. Machen wir mal 1, 2, 3, 4. Und die machen wir mal wieder zu Oakwoods. Was kann man hier noch draus machen? Aber Doorframe. Okay, interessant. Kenne ich jetzt auch noch nicht. Gut. Und hier machen wir jetzt einfach mal eine kleine Wand hin. Jetzt schauen wir mal, dass die unten ungefähr symmetrisch sind. Jetzt machen wir wieder weg hier. Und hier können wir jetzt die Drying Racks hinhängen. Ja. Ist jetzt nicht symmetrisch, aber reicht erstmal. Und die Dirt Acorns können wir jetzt hier dann aufhängen. So, und da seht ihr jetzt, Progress ist oben. Progress 6%, 9%, 10%. Genau, das dauert jetzt ein bisschen. Und dann werden da Petrified Acorns raus. Da können wir hier nochmal gucken. Ein Dirt Acorn dauert 1 Minute. Dann wird es zum Petrified Acorn. Und den Petrified Acorn können wir uns dann den Petrified Sapling bauen. Brauchen wir 8 Petrified Acorns und einen Dirt Sapling. Und dann kriegt man den Petrified Sapling. Und so kriegt man quasi seine verschiedenen Saplings. Und kann dann hier fortfahren. Aber das Ganze wäre unsere nächste Folge anschauen. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.